Hallo, da bin ich wieder heute zum 18. Adventstürchen. Wisst ihr eigentlich, wie der Honigkuchen entstanden ist? Ich habe euch dazu mal eine Geschichte mitgebracht, die ich wirklich dazu interessant fand. Als die Hürden auf dem Feld von den Engeln die frohe Botschaft hörten von Jesu Geburt, machten sie sich schnell auf den Weg nach Bethlehem. Sie vergaßen vor lauter Aufregung, dass sie noch Brot in ihrem Feldbackofen hatten. Das fiel ihnen erst auf dem Rückweg wieder ein. Sie dachten natürlich, alles ist verbrannt. Als sie den Backofen öffneten, strömte ihnen aber ein wunderbarer Duft entgegen. Vorsichtig kosteten sie das ganz schwarz gewordene Gebäck. Es war kein verkohltes Brot, sondern ein wunderbar süßes Gebäck geworden. Sie teilten das Gebäck in viele kleine Stücke und gaben ihren Verwandten und Freunden eine Kostprobe davon. In Erinnerung an dieses Gebäckwunder in der Christnacht begannen sie jedes Jahr zur Heiligen Nacht kleine, würzige, süßschmeckende Honigkuchen zu backen. Ich habe hier ein ganz altes Rezept dazu und das würden wir euch als Foto mit anhängen. Vielleicht habt ihr ja Lust, mit euren Eltern noch Honigkuchen zu backen. Ich wünsche euch einen ganz wunderbaren Tag. Bleibt beschützt und behütet und bis morgen. Macht's gut. Oh, 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 oh.